Es geht weiter! Als nächstes suchen wir uns mal neue Missionen. Wir haben Berafluss, Verlorener Ring, Clan-Treiben und Herausforderung und ganz viele Aussehende-Missionen. Wir machen Aussehende-Missionen. Ja. Weiß es gar nicht, das brauchten wir für irgendwas. Das weiß ich noch. So, äh, was machen wir noch? Anfänger ist nicht gut. Goblin ein Gefecht, ja gut. Habe ich noch nicht gut. Auf den Boden! Ich kann Dinge schweben lassen, die ich sie, wenn ich sie nur angucke. Das Problem ist, dass ich sie nicht wieder auf den Boden bringen kann. Oh, das ist echt scheiße. Weg! Ups! Äh, komm mal wieder runter. Ähm, ja, Semini. Das sind ja alles nur Tagesmissionen. Das ist ganz okay. Und Schokoboy-Hilfe. Ja. Also, äh, doch, ja. Äh, äh, ja, genau, ihn. Ja. Ja. Gesucht. Hilfe während der Schokobo-Brutsaison. Zimmer, Mahlzeiten, keine Erfahrung nötig. Krippe, alle Rassen. Toll. Das, übrigens, Schokobos-Missionen kommt immer wieder. Und ich meine, das sind die leichtesten Aussehende-Missionen. Man kriegt auch ziemlich wenig davon. Äh, eigentlich immer nur, äh, das Item Giza-Kraut. Giza- oder Giza-Kraut. Hier, wie die Giza-Ebene. Äh, ist die Lieblingsspeise von Schokobos, übrigens. Oder auch Schokobo-Kuchen. Oder Kekse. Die mögen die Schokobos auch. Was auch immer darin ist. Yeah. Mit Stilöffel. Eine neue Einheit. Ja. Nein, dich wollen wir nicht. Wir haben genug tolle Einheiten. Yeah. Auch vollbracht. Jetzt müssen wir nur noch, ich meine, 15 Tage. Die Frage mussten wir auf diese Einmissionen warten. Am Schiene. Laam. Boing, boing. Ach Gott. Ah. Zack. Gut. Und wir kriegen einen Jutschiebogen. Oder Jutschiebogen. Jutschiebogen gefällt mir am besten, aber die wird nicht nur geschrieben, der Jutschie. So. Wir gucken erst mal nochmal alles durch. Nein. 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 Kann ich mir denken. Nein. Fast. Ja, fast. Nein. Schottenmeier. Hey. Dich haben wir eigentlich... Also, dich verhalte ich eigentlich nur wegen dem lustigen Namen. Ja. Nein. Ich will es wieder normal sortiert haben. Neue Gerüchte? Ah. Neue Gerüchte. Irres Monster. Irre Monster. Grund für den Wahnsinn. Aus ganz Ivalice kommen Berichte über Monster außer Rand und Band. Der Grund ist unklar. Doch Experten glauben, es hat mit den Kristallen zu tun. Die Kristalle purer Magie in fester Form sollen irgendwo in diesem Königreich liegen. Gerüchte nach hat der Palast die Kristalle angefertigt. Was der Palast heftig beschreitet. Oh ja. So, und jetzt werde ich euch erstmal... Nein, doch noch nicht. Oh, Restaurierung. Dafür hatte ich nie das Richtige. Ja, das zerbrochene Schwert. Oh. Ich hatte dafür nie das Richtige. Das zerbrochene Scherp meint jetzt. Hey, ich hab ein... Ja. Zwei Gefechte. Oh, für zwei Gefechte müssen wir in Weißmarie weggeben. Vermiss aber. Ja. So, ja, du kannst was am besten. Dann kann Molli auch ein bisschen üben. Ja, und weiß es gar nicht, dafür verbraucht. Huh, wenn er es richtig macht, wer nicht. Und, äh, hatten wir die schon mal? Ah, ne, die wollte ich nicht. Genau. Jetzt machen wir sie aber. Weil ich jetzt glaube, dass ich das ganz gut hinkriege. Und die ist hier, glaube ich. Äh, so, ja. Oh, du bist nicht fest, du da, der da gerade auf meinem Ziel steht. Aber ich will nicht gegen dich kämpfen. Nää. So. Nein. Äh. Hm. Wenn ich jetzt da hingehe, kämpft er eh gegen mich. Doch nicht. Jetzt kann ich da hin. Äh, ich will euch nämlich die Kämpfe ersparen. Diesen unnötig. Und da ist der Geflügeldieb. Der hat die Hühner gestohlen. Kein Sch... Kein Voll-Chicken mehr. Nein. Ah, ich kann nur drei mitnehmen. Dann... Äh, kommt Mondblau raus. Dafür aber Sammy. Ich brauche nämlich schlagfertige Burschen für diesen Kampf. Ah, stopp. Äh, wir haben keine Schwerter. Meine ich. Klinge. Ja, auch wenn es aussieht wie ein Schwert. Es ist... Also... Bei Final Fantasy ist das kein Schwert. Das ist eine Klinge. Ach, auch Klinge. Und er hat sowieso nur Fäustlinge. Äh, Schlagringe, meine ich. Fäustlinge. Ich wurde ertappt. Ich muss mich freikämpfen. Dieb, gib die Hühner zurück. Wo sind die überhaupt? Alles schon aufgegessen. Verfressen ist auch noch. Todsünde. Dabarosa. Und er macht richtig viel Schaden, meine ich. Also... Dafür, dass man die schon ganz zu Anfang nehmen konnte, macht er ganz schön viel Schaden. So, meine Erinnerung. Irgendwie. Ach, Mist. Oh, und das hasse ich. Wenn man gerade denkt, boah, hier erwischt er mich nicht. Hier bin ich erstmal sicher. Und da muss man noch näher ran, damit man die Attacke ausführen kann. Das macht Laune. Ja, aber der ist schnell besiegt. Das ist leicht. Und Konter. Da, sag ich doch. Dafür, dass ein einfacher Dieb ist? Ja. So. Und. Boom. Ha. Das wär's. Und ein richter Punkt für mich. Da, sag ich mal, was ist das? Ja. 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 wir wollen nicht stimmt der ist immer noch auf die Saison zwei Gefechte waren das und dann zieht die Zeige ich zeige ich so viel Zeit habe ich noch dann zeige ich kurz ein Klang treiben und herausforderung Jo Klan Eisenbund ihr seid heiß begehrt noch könnt ihr euch von uns Clan Baham anschließen sonst etwas Minz Clan Leutnant Minz ich hau dir in die Fresse nein ich glaube ich hab Pfannen in Stufe 4 nicht nein ah Mist nein nein stopp dann machen wir aber jetzt äh äh Clan treiben eine besondere Mission ich zeige euch auch gleich warum wenn wir sie nämlich annehmen 25 Tage haben wir dafür Zeit das schaut lieber wenn wir sie nämlich jetzt annehmen was ist das ein blauer Clan klicken wir den nochmal an so das sind so äh extra Clans die einen immer vor Wahl stellen der sagt mir jetzt zum Beispiel gib mir 3000 Gil und ich lasse dich in Ruhe dann kannst du entweder das Gil bezahlen oder kämpfen und Erfolg also wenn du Erfolg haben willst sollst du immer kämpfen das ist die Devise und wir kommen wieder auf dem schönen Fleckchen dem Luthiapass Schuttmeier du bringst uns überhaupt nichts willst du vielleicht mal was anderes werden oder nein ich lasse ihn drin damit er vielleicht mal irgendwann äh wandeln ah ich hab zu viel verraten nein damit er irgendwann mal seine Dinge erlernt Messer ist verboten ok wir verschonen eure Leben wenn ihr uns euer Gil gebt du bekommst weder unser Gil noch unser Leben deep deep